So, ich nehme gleich weiter auf bei Currys Adventure. Welt 2 haben wir jetzt noch gerade abgeschlossen. Dann kommen wir jetzt zu Welt 3, einem Schiff. Und wir haben nur ein Leben. Das ist nicht gut. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist nicht toll. Curry! Wow, zum Glück wird die Hitbox nicht verändert, wenn man fett wird. Daher bleibt die Hitbox immer noch bei Ernst an den kleinen Kirby angepasst. Aber ich muss vorsichtig sein. Jawohl, ein Leben. Boom, ich mag Elektro nicht. Aber Feuerbälle mag ich. Und gleich einsetzen, komm. Und ein sehr großes Schiff. Den könnten wir überspringen, oder ich hole mir den Hammer. Aber ich glaube, ich hole mir den Hammer. Boom. Mit Feuer ist der ja recht leicht. Ja, außer er verarscht mich. Hey! Verdammt. Naja. Dann eben auf die normale Weise. Aber besiegen wir euch den schon. Boom. Boom. Nein. Spring doch nicht. So. Und den durch. Auf ihn warten. Boom. Komm schon, hau nochmal. Komm. Ja, oder so. Das ist an mir auch recht. Und Hammer Curvy. Haha. Hammer ist einfach cool. Die stärkere Version vom Schwert. Kann man auch sagen. Na ja, nicht ganz. Es geht nicht so ganz so weit. Aber man kann mit dem Hammer Sachen machen, die mit dem Schwert nicht gehen. Zum Beispiel solche. Zum Beispiel solche komischen Holzblöck-Dinge. Die kann man dann auch so runterschlagen. Und ja, dann machen die halt so ein Ding kaputt. So wie ein Bombenblock. Und das hier ist eine Tür. Geh mal rein. So, ja. 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 Viecher. Noch mehr Viecher. Noch mehr vom Schiff. Noch mehr Schmerzen. Für den armen Kirby. Ja und. Aha. Ein Warpstern. Auf dem höchsten Mast. Klang benutzen. Und wo bringt er uns hin? Auf eine einsame Insel. Mitten im Orangensaftmeer. Okay. Die spucken was nach oben. Wow. Nein. Nicht nett von euch. Nicht. Oh. Ich mag die mich auch nicht zerschlagen. Weil dann explodieren die. Okay. Kommst du her? Hm. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Verdammt. Boom. Naja. Ich werde ihn vermissen. Wieder Punkte, die uns nix nutzen. Juhu. Aber nun ja. Der Spaß ist ja noch da. Auch ohne Punkte. Timo, haben wir wieder nix. Moment, haben wir das Level jetzt? Nein. Da gibt es auch noch ein Geheimnis. Oh, oh, oh. Ich glaube, da werde ich am Ende noch viele Videos brauchen, um alle Geheimnisse zu machen. Okay. Können wir die mal aktivieren irgendwie? Komm doch. Ah. Ich brauche einen Nizza am Leben. Komm. Da drüben muss jetzt einfach irgendwas Leben sein. eine Tür schon mal. Ist schon auch nicht schlecht. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Hier rein. Hier rein. Sterben. Ach, Mann. Egal. Jetzt habe ich wieder volles Leben. Woosier. Wuhu. Ich habe das Leben getötet. Ja. Das Spiel wird immer böser. Nee, da unten ist es noch. Ha, ha, es lebt. In Anführungsstrichen. Das Leben hole ich mir da oben noch nicht. Komm, gehst du da durch? Kirby. Kirby. Kirby verarscht mich nicht. Ich weiß ganz genau, dass man durch solche Dinge durch kann. Ging das sonst auch immer? Okay. Ich werde da oben hochkommen. Genau. Das ist, was ich brauche. Das ist genau das, was ich brauche. Genau das brauche ich. Hier. Genau das brauche ich hier. So. So. Genau. Perfekt. So. Jetzt gehen wir hier wieder hoch mit der Fähigkeit. Ich will diese Leben. Um jeden Preis. Weil diese Dinger gehen durch Wände durch. So unlogisch es auch ist, aber egal. Jetzt muss ich nur einen Weg finden, von wo ich das werfen kann am besten. Reicht das von hier? Nein. Von da drüben? Ich probiere es. Ich probiere es einfach aus. Verdammt. Nein. Aber dann ist es volles Leben. Egal. Der Typ ist ja immer noch da. Die spawnen ja wieder. So. Dann holen wir uns wieder den Boomerang-Typen. Ist so ein bisschen umständlicher. Aber ich kann einfach nichts liegen lassen. So. Von hier. Von hier ausprobieren. Mal gehen die Dinger doch durch die Wände durch. Ah. Mann, 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 Mann. Ach. Egal. Ich brauche keine Leben. Drei Stück. Oder vielleicht kriegen wir die später noch. Werden wir sehen hier im Laufe des Levels. Moment. Das sieht danach aus. Okay. Hier mal eine One-Up. Und natürlich. Man kann auch nicht schwimmen, wenn man was im Mund hat. Mann, 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 Mann. Okay. Ich werde es einfach schnell beenden, das Ding. Ich komme nicht an die Leben ran. Es kostet mich nur Zeit und viel, viel, viel. Also viel Zeit. Und viele Nerven. Ist auch egal. Nicht so schlimm. Ich brauche Leben nicht. Und ich brauche kein Schwert. Leben ist brauche ich nicht. Die Bombe da oben will ich... Boah. Okay. Okay. Geh mal hier hoch. Und durch die Tür. Raus hier. Genau. Ich kann die beiden einfach ignorieren. Und die ganzen Kokosnüssen zumindest versuchen zu ignorieren. Ah. Pff. Ah. Gemein. Okay. Die nehme ich mir mit. Bleib weg von mir. Blöder Vogel. Blöde Kokosnüsse. Oh. Und über dem Ziel ist eine Kokosnuss. Ne, 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 ne. Nicht mit mir. Die kommt erst mal weg. Und. Ein Leben wäre gut. Jawohl. Wir haben es geschafft. Das Leben. Yeah. Können wir dance. Level 4. Abgeschlossen. Und wieder ein Geheimnis. Was wir nicht haben. Welt 5 fangen wir auch noch an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich will diese Fähigkeit. Genau. Das ist meine. Oh. Eis. Eis ist cool. Und. Und das Ding ist noch cooler. Moment. Ich muss warten bis ich. Genau. Jetzt. Nein, 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 nein. Sand, Mann. Springen wir nicht nach. Aber die Fähigkeit hole ich mir jetzt erst mal noch. So. Igel. Nein, 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 nein. Meine Fähigkeit. So. Kadoz. Yeah. Da bin ich unsterblich. Aber. Den Berg. Liegen wir noch hoch. Und dann war es das auch schon wieder für dieses Video. Soweit. So. Noch in die Tür. Und dann. Bis zum nächsten Mal.